Musik 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 So, das war. Und dann kommt Kurt Pipp mit langsamer Fahrt, geholpert unterwegs. Seht ihr da hinten? Dieser Impotodrom. Wir wollen aber gucken auf dem Bildschirm, bis wir werfen, wo wir sind. Das ist Kurt Pipp Schadendrom, ein wichtiger Kandidat für Sieg-Bausst, oben in der Rumpelkurve. Und der Roller-Roll-Schiff und der Kost. Und der Schiff, ich habe hier ein Bild. Da gibt es dann noch ein paar kritische Anwaltungen zu einer Handberührung aus dem ersten Durchgang. Das ist für die Urlauben hier. Das steht ein deutsches, elektronische Stimme. Und das ist ein Kostadriebe. Das ist ein Kostadriebe. Das ist ein Kostadriebe. Und das ist ein Kostadriebe. Und das ist bei uns. Und der Kostadriebe dabei ist bei der Nacht. Wie soll es da auch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.